Guten Tag und herzlich willkommen zum Gota Easy Talk. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Kabil Azizi. Er ist ein leitender Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gota Krankenversicherungs AG. Guten Tag, Herr Azizi. Wunderschönen guten Tag, vorhergewalt. Herr Azizi, man spricht jeden Tag über Zahnzusatzversicherung, man spricht immer mehr über Zahnzusatzversicherung. Warum ist dieses Segment für Vermittler, für Versicherer und natürlich auch für den Kunden so extrem interessant? Man muss sich bei der Betrachtung von Zahnzusatzversicherungen einmal die Historie in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung anschauen. Viele Vermittlerinnen und Vermittler wissen, wie es mal in den 70er, 80er Jahren war. Da waren die Leistungen noch wirklich sehr, sehr hoch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat über Jahrzehnte permanent abgenommen. Das heißt, die Kürzungen und die Einsparungen, da war der Zahnzusatzbereich massiv von betroffen. Und das ist der Grund, warum natürlich dieses Segment immer beliebter und immer interessanter wird. Auch, weil natürlich ein Implantat teilweise 3, 4 bis zu 5.000 Euro kosten kann. Also wenn Sie beispielsweise zwei Implantate machen lassen möchten, dann sind Sie schon bei dem Preis eines Kleinwagens. Und das sind extrem hohe Kosten, die natürlich dann auch die Kunden in Deutschland abgesichert wissen möchten. Und anders als zum Beispiel bei Stationär oder bei Pflege ist es im Zahnzusatzbereich keine Frage, ob ich irgendwann Zahnersatz benötige, sondern es ist nur eine Frage, wann ich diesen benötige. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.